Vom Haras de Coudrette, diese 13-jährige Stute, Toulon Tochter, Toulon Malthander, Elki fahrte den Dioff, mit Kevin Stode. Boah, das war schon mal frech. Man muss das mit ihr aber auch so ein ganz klein wenig über das Tempo lösen. War mit dem Ayat de Seton in Mechelen beim Weltcup. Da gab es ebenfalls schon Punkte für ihn. Und Kevin Stode liegt mit 61 Punkten Weltcup-mäßig einfach sehr, sehr gut. Ganz weit vorne und jetzt hier mit Elki. Und jetzt hier mit dem Ayat de Seton in Mechelen beim Weltcup. Und jetzt hier mit dem Ayat de Seton in Mechelen bei den Ereignissen.